Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit Tobi und Flori Und ja, es ist Nacht, deswegen gehen wir erstmal schlafen Geht nicht, Creeper Ja, töte den Oder lass den hochgehen, nee, ich töte ihn Ja, was habe ich heute vor? Ein bisschen Haus weitermachen, dies, das Ja, ich renne gerade in mein Haus rein Ach ja, Wille ist schon So, nee, ich schlaf jetzt Ja, ich schlaf Ja, ich auch Tobi, du hast gerade eine scheiß Audio-Quali Ja, du bei mir hattest auch eine Jetzt, jetzt bist du wieder gut Okay Wir müssen noch ein bisschen mit TS rumspielen Sehr perfekt, Klinge Ja, weil du zu dumm bist Ah, weil du zu dumm bist Guckt, 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 guckt Das ist echt eine scheiß Audio-Quali-Momentchen, Leute Ach ja, ich wollte Sand vor dem Hund Das ist auch Bei mir so der Hauptgrund Warum ich umgezogen Oder warum ich jetzt umziehe, dass es Dann unten kein Schnee ist Und wieso habe ich jetzt wieder Echo Du hast ja Schnee mitgebracht, ne? Zwei Stacks oder so, ne? Hatte du gesagt Nö, den ist ein Stack Und den habe ich hier bei mir Aber du musst mir dann den Schnee abkaufen, Tor Jetzt ernsthaft? Dann gehe ich mir denn selbst so, ey Na ja, ne? Ey, du kennst doch Tobi Ja, ich verlange für Schnee Das klingt logisch, Flo Pro Schnee zwei Dias, würde ich sagen Das ist ein fairer Preis Ja, sicher, dass es nicht ein bisschen zu untertrieben ist Boah, ich muss schon wieder Holzframm Das geht mir echt auf den Sack Alter Die Kuh hat gerade Schaden Hä? Was? Die Viecher sind creepy Das sind voll Alter Was sind das für Ey, ohne Spaß Wir sind gerade alle Okay Okay Brechst du gerade in meinem Satz ab, oder? Ja, ja, ich brech in meinem Satz ab Okay Weil ich gerade nicht klarkomme Auf die Viecher Welche Viecher sind jetzt creepy? Äh, äh Ja, äh Der Creeper auch gerade, gegen den ich kämpfe Aber vor allem Die Schafe und Kühe Weil die alle entkommen sind irgendwie Hä, wie jetzt entkommen? Ja, was versteht man so unter entkommen? Aus dem Gehege, oder was? Aus meinem Haus Wie auch immer die das gemacht haben Hast du Türen? Ja Okay Hä, wusstest du nicht das schaffe und So durch Türen gehen können? Naja, stimmt, das ist realistisch, stimmt Na, wahrscheinlich hat er so einen Brücken da hingebaut Nein, habe ich nicht Wer ist das denn da? Wer ist denn da? Ach, der ist also drum Flo, du leckst ein bisschen durch die Gegend Ja, bei mir du auch Ja, aber das liegt an dir Ja, genau Ja, bei mir leckt es kein bisschen Im Server Ja, bei mir auch nicht Kuh, komm her Doch 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 Auf jeden Fall Ja, Tobi weiß das Der hat so eine Kamera Hinter meinem Rücken installiert Und guckt jetzt auf seinen zweiten Bildschirm Von dem ich auch nichts weiß Ähm So, erste Kuh Ja, Flo, du nervst Deswegen, der sieht auch gerade, dass ich Schafe töte Alter, du tötest Schafe Nein, das ist die Flo Alter, hier leben so viele Schafe Und ich brauche Fleisch Pfff Und ich brauche Fleisch Schaf Also Flo, du hast vollkommen recht Wenn ich dich jetzt gerade erwische, dann töte ich dich Kannibale Jetzt komm doch Wo bist du? Ja, komm, noch ein Schrittchen Danke Ich bin keine Ahnung Ich finde dich Wo bist du? Wo ist die eine Kuh hin? Ich brauche Kühe Ach ja, die gammelt ja oben in meinem Haus ab Stimmt Nee, hier sind echt genug Schafe Also ein paar töten kann man Ja, ich töte gerade keine Schafe mehr Ich schwimme jetzt zur Wüste Vor allem, wenn du welche tötest Dann mach erst die Wolle einmal ab Mit einer Schere Achso, das war ja War jetzt ein Tipp für dich Wieso brauchst du die Wolle? Keine Ahnung Kriegst du auch noch genug, wenn du Schafe Ja, das stimmt Aber dazu musst du dich erstmal halten Nee, ist ja cool, wenn man sich die Wolle irgendwie zu Strings machen könnte Man kann auch Strings Wolle machen, ne Ja, auf Strings kann man Wolle machen, genau Ja, Tobi, und wofür brauchst du die Strings? Keine Ahnung, wofür Wir sagen ja einfach so Wäre cool, wenn man das machen könnte Wäre sinnvoll, wenn man erst die Wolle abmacht Keine Ahnung, wofür man die braucht Obisch Einfach damit man es hat Ja, genau Hä, wie machen die das? Wie zur Hölle ist die da drauf gekommen? Wer? Ja, so eine Kuh Die turnt gerade mega krass an meinem Haus rum Ob die hier runtergesprungen kommt? Naja So, komm Alter, der Block ist Ein Millimeter groß Jetzt komm da runter, du Geht doch Aber Schweine sind wenig Ja, das ist richtig Weil ich hab glaube ich gerade beim Tobi ein sterbendes Schweingeräusch gehört, oder? Habe ich mich da fair gehört Eines kaputt macht Komm Oh, erstmal direkt Ich glaube Torben zerstört gerade welche Nein, ich versuche gerade meine Kuh einzufangen Sehst du? Ah, Flo Hast du nicht gerade Schafe getötet? Ja Wieso? Weil ich dich da unten gerade sehe Mal hoch Hallo Ah, Jo Wo seid ihr denn? Ich hab hier gerade Kühe getötet Oh, da ist noch ein Schaf Ich bin gerade auf dem Weg zur Wüste Achso Kuh Alter, ohne Spaß Jetzt brecht doch nicht alle wieder aus Nur weil ich hier eine neue Kuh reinhaben will Schaf Ich hab Weizen in der Hand Jetzt Nee Alter, ihr macht mich fertig Ja, komm rein da So ist Feinder Ich hab jetzt voll den Voll die Genius Idee Zack So, komm her Man hört's Wie, man hört's Man merkt's Sag der Nein, ich sagte man hört's Ehrlich? Sagst du doch jetzt eh nur Damit ich Nein, nein, nein Der hat gesagt man hört's Nein, du musst ein Replay machen So, endlich alles wieder im grünen Bereich So, gut Wo sind jetzt endlich die Dingus? Jetzt kann ich auch in Ruhe Holz fahren Hä, bin ich irgendwie doof? Scheiße Ich bin zum Ortshaus gerannt Unter Umständen bist du schon doof Was? Hä, wo ist denn die Wüste? Wo bist du hingerannt? Ich bin irgendwie auf einem riesigen Auf einem riesigen Umweg Ich bin zu deinem Haus gerannt Ja, ist doch geil Und ich hab keinen Plan mehr, wo die Wüste jetzt ist Tobi Ja Ich hab vergessen, was ich sagen wollte Äh, ich hab doch grad schon früher getötet Alter Du Kuh-Töter Ich brauch echt mehr Essen, ey Lol Oh ja, irgendwie wurden die Schweine erneuert Oder hab ich noch nie ein Schwein von unten gesehen Irgendwie ist das da schwarz Das ist ein Grafikfehler Würde ich mal behaupten Nein Torben, die Schweine wurden erneuert Alles klar Nee, da sind irgendwie so schwarze Bilder da überall Ja, das haben die bei dem Spag so an sich Hallo? Aber schon seit Jahren Was, Flam, seit Jahren? Ja, das hat Haben die bei dem Spag so Blöd, also Jetzt bin ich schon wieder zu Torms Haus Zurückgerannt Das ist überall Du versuchst, was zu erklären Und Flo unterbricht dich einfach die ganze Zeit Mhm So ein richtiger Hurensohn Du siehst es schon wieder Wie man gerade schön merkt Schon wieder hat er Wir sollten echten Wegweiser zur Wüste aufstellen Ja, das ist gut hier Das ist gut Äh, ein bisschen Weizen hier Nein, ich will Sand farmen Hä? Achso Ja, für Glas Ja, das war mir dann nicht klar Ich glaube, der Flo hat wofür verstanden Weil der einfach nicht nachdenken kann Wieso, was hat er denn gesagt? Noch Flo Jeder Mensch kann im Gewissen gerade auch blöd sein Aber du übertreibst es immer wieder Ja, ist ja nicht schlimm, wie du sagtest, ne? Ja doch, wenn man es übertreibt schon Wie meinst du, das ist nicht schlimm? Nein Ich fühle mich verarscht Hat es nicht letztens hier noch so krass gewittert, ne? Stimmt doch, oder? Stimmt Ja Stimmt Hat er recht Wo wohnst du eigentlich, Tobi? Vom Arsch, der Ball ist scheiße Ich muss mal langsam Fleisch fahren Tobi, wo wohnst du? Weit, weit weg Ich würde das gerne mal wissen Achso, ich wollte letzte Folge auch noch Sachen aus meinem Lager holen Uiuiui, Gott sei Dank habe ich schon dran gedacht Ich war noch nie in der Wüste Ich war noch nie in der Wüste Ich habe gerade gar keine Ahnung, wovon ihr redet Ja, ich, Tobi, die, ähm Ich hatte direkt daneben auf diesem Landstrich meinen Bunker gebaut Ja, das sagt uns jetzt viel Ja, der Tobi wusste, wo ich meinen Bunker gebaut habe Oder weiß, oder wusste Nee Eigentlich schon Na, eigentlich, ähm Ey, Tobi, das war auf dieser Blumenlandschaft Ich hoffe, dass wir dringend stellen Mir fällt das immer erst zu spät ein Was? Das, was ich im Chat jetzt eingegeben habe Was hast du denn da eingegeben? Äh Ach, siehst du das gar nicht? Achso, mit der Schwierigkeit? Ja Achso, ja Ne, die ist eigentlich auf 3 Achso, gut Ja, dann habe ich das dann versucht Ja, die musst du aber in den Serverproperties unten stellen Ja, ja, die ist in den Serverproperties auf 3 Habe ich instant gemacht So, und jetzt bin ich wahrscheinlich nicht mehr zurück Scheiße, wie willst du? Tobi, ich bin gerade Ich bin gerade an einem Berg am chillen Ja, kann nur schlafen Ja, wir müssen schlafen Ja, ich bin ein bisschen weit weg Ich könnte mir, äh, betten eben Zu Not Ich nicht, ich habe 2 Wolle Ich habe ein Schaf gehört Moment Wenn ich das jetzt noch sehen würde Ich höre, es ist ziemlich nah Ja, habe ich da was gesehen? Das war dein Handy Ja, ich habe es Oh Mann, das ist auf dem Das ist auf dem Berg Oh Mann, ich komme da nicht drauf Moment Äh Ich bin ein richtiger Bergsteiger Ach, ich habe eine Schaufel in der Hand Und Ah Ja Da bist du Hallo Nee Es ist runtergefallen Miststück Hallo Zombie Warte, ich baue mich eben in den Berg ein Dann kann ich gut pennen Ich schlafe hier einfach auf einem Feld Ja, du bist ja auch ein harter Junge Ja, du bist ja auch ein harter Junge Ach, ich brauche noch ein Crafting Table Ja, stimmt Und jetzt habe ich kein Holz dabei Doch, habe ich Schade Oder warum? Schade Eigentlich ja gut Naja, du meintest, dass es wäre lustig gewesen, ne? Ganz dolle lustig Ganz dolle lustig wäre es gewesen Ja So, jetzt Gute Nacht Gute Nacht, ich schlafe Ich habe mich jetzt auch mal hingelegt Warum habe ich einen Screenshot gemacht? Wann habe ich einen Screenshot gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern Ich kann mich schnell hier Monsters necken und die XP quasi Alter, lecken die Monster Wär dir auch so zu nehmen, vielen Dank Gib mir ja echt Ja, ja Ich meine, ich kann ja eh noch nicht verzaubern bis Level 30 So, ich hoffe mal, ja, hier müssen... Wie bitte? Oh, ich ist das mal ein Dioppenwald Sorgen Hm? Ja? Ja, ich bin jetzt zurück zu meinem Haus Ich bin jetzt noch mehr, was ich sagen wollte Okay Das seid ihr Idioten Was? Boah, Tobi wird immer leise, warum auch immer Was hast du eben umgestellt, Tobi? Davor war es gut Was denn? Ja, eben, als du was umgestellt hast bei TS Davor warst du gut Und jetzt wirst du immer leise Ja, aber jetzt habe ich kein Echo mehr Hä, was hast du nur angemacht? Echodämpfung Ähm, guck das, was nur das... Besser? Guck mal Besser? Oh, hier ist Tobi... Ja, wie, dann bin ich tot Für mich? Nee, habe ich nichts Wo ist denn die Wüste? Keine Ahnung Hier Tobi, mach Platz Jetzt ist, äh, dein Audio wieder gut Für die Aufnahme Ich habe gerade bemerkt, dass ich noch was dabei hatte Habe ich jetzt ernsthaft die ganze Zeit... Oh, ich habe die ganze Zeit nicht die Wolle eingesammelt Das ist traurig Das ist, äh, echt minimal traurig Das ist wirklich stimmt Oh, Junge, du bist blöd wie ein Stück Scheiß, Torben Warum? Was hast du jetzt nicht gemacht? Stopp Äh, die Wolle eingesammelt Achso Zobi hat irgendwas mit dem Auto zusammen Alter Hä? Was hat er gesagt? Nein, ich habe... Ey, ich habe gesagt Warte, ich habe die ganze Zeit nicht die Wolle aufgesammelt Ey, pscht, pscht, pscht Komm her, komm her Komm her Bam Schlag dich in die Richtung Stell dich in mich Los, stell dich hier drauf Stell dich hier drauf Stell mich jetzt rein Ja, ja, du das So Lauf, lauf, lauf Jetzt habe ich auch wieder was leckeres zu essen, Freunde, ne? Was ist? Ich habe jetzt auch wieder was leckeres zu essen Ich könnte ja mal Pferde abschlachten Könntest du? Kommt der Pfeil an? Nein Ja, das war ein Dankeschön Weil ich gerade weggefahren bin Boah, wie viele Crafting-Tabler ich habe in meinem Haus So, jetzt haben wir hier auch ein schönes Bett Ähm, was können wir noch machen? Was wollte ich denn noch machen? Ach ja, genau Ich habe mir ja mal Schnee geholt Ja, da ist es richtig, Flo Weiß wir denn Wofür brauchst du denn Schnee? Für den Schnee, Mann Also wir sollten früh wie, äh, so früh Ah, danke, Tobi Du hast da gar kein Haus Da, wo es entstehen, wie Was der fuck? Okay, da wird es nicht genauer entstehen Da ist nur so ein Zwischenlager, aber Ja, aber das kann Torben doch super sehen Oder? Nein Ja, ich weiß Ich weiß nicht, wo, äh, Tobi's Lager hießt Siehst du, Torben ist halt dumm Ja, ich achte halt nicht auf ein Crafting-Tabler und eine Kiste in der Gegend Sind wir auch Kisten Wow Äh, ich habe auch Esel Kannst nie machen Düm Achso, ist die rausgekommen, die Mistkuh Ja, ja Ja, ja Ich glaube, schlachten Was, du schlachtest, Esel? Keine Esel Achso Ich schlachte gerade Kühe ab Oh, ja, davon habe ich hier bei mir eh genügend Ja, die sind auch nicht bei mir wirklich so in der Nähe Oh, ich habe immer noch nicht die Wüste gefunden, ne? Ich bin jetzt hier wieder Keine Ahnung, ich bin wieder So Ich bin sinnlos durch die Gegend, das ist echt schlimm Das ist bei dir doch normal Ja Jopp So, gut Fuck, ich habe schon wieder verpeilt, dass man ja jetzt Zäune neu macht Äh, äh, anders macht So, macht man die ja jetzt wunderbar Wunderbar Och nee, das waren jetzt Boah, ich habe verkackt, dass es drei Arten von Zäunen jetzt gibt Egal Ja Es gibt auch Dschungel Stimmt, ja Äh, Dark Output Bestimmt Ähm, aber ich meine halt, dass es mehrere Arten von Zäunen jetzt gibt Das wollte ich eigentlich damit sagen Ist egal, das ist sowieso nur vorübergehend so, damit hier keine Creeper Äh, Creeper, ballern die Creeper ab? Ne, ich meine noch Ja Keine Ahnung Weiß es gar nicht Ich weiß es auch nicht Okay Ich habe Hühner Und damit hier nicht direkt vor meinem Haus Irgendjemand mich belauert Da will ich lieber sicher sein Weil mit so einem netten Schneemann davor Ist dann schon was anderes Und da ich nicht will, dass er meine ganze Gegend einschneid Ich kann dir dann gleich mal Schnee geben, ne? Habe ich doch Was? Ach so Habe ich gerade geholt Ah, ich habe ihn geschluckt Ich will nämlich von niemandem, äh Von nie Von niemandem abhängig sein So ein krasser, selbstständiger Junge bin ich So, jetzt bräuchte ich nur noch Kürbisse Also ich muss halt Kürbisse zusammen machen Und dann, ähm Ein Kürbis kann ich verwenden Hier sind Schafe ohne Ende Ich brauche aber kaum noch Essen Das ist ziemlich geil Man lässt den Moment und gleich pflanze ich halt ab Ja, genau, so kann man das machen, Tobi Da hast du recht So kann man das dann tatsächlich machen Ich mach mir jetzt eben Ich mach mir jetzt eben Eine Felden Fel, 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 eine Hacke Wollte ich sagen Warum hat er jetzt schon Gleich ein Feld? Hä, ein Feld hab ich sowieso von den Villagers schon Aber ich mach mir jetzt Kürbisse Ja, stimmt ja Du benutzt ja das Feld Richtig Mehrere Felder Von denen Woll, unselbstständig Ne, äh, selbstständig Aber mit Hilfe von anderen Du hast Torben gerade richtig betrieben Hä, ich bin nicht Ich hab mir sogar selbst Schnee geholt Moment, einmal bitte Äh, ja Also, wenn die Aufnahme jetzt nicht gestoppt ist Dann kommentieren wir jetzt einfach so weiter Okay, schade Torben ist, glaube ich, wieder da Schade Was, schade Ja, ich muss essen Du musst essen? Ja Wir spielen ohne dich weiter Wenn, wenn, wenn ihr aufnehmen würdet, ne Dann wird das gehen, so nicht Wieso nicht? Weiß ich nicht Sonst würde ich Sonst würde ich die ganze Zeit in der Gegend rumstehen Ja, ne, und Habt die nicht unser Problem? Moment, die kommen hier Die kommen hier durch, ne? Kommen die da durch? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Kann man für irgendwas Clay brauchen? Okay, die war auf Nummer 4 Hier, gebratenen Äh, für Blumentöpfe Stimmt, und für gebratenen Clay Wir sind auch nicht schlecht aus Achso, stimmt Es gibt ja jetzt schon seit längerer Zeit Clay-Blücke Plot, aber Ich hab auch wieder seinen gebratenen Clay dann Ja, ne, und? Okay, Leute, ich mach' ne kleine Pause, ne? Äh, ja Bis gleich So, ja Ja, ich mach' ne